Oh, ähm. Befordert hier. So, packen die Kampagne für Spritze erledigt, jetzt können wir das Spitzenhaus Leute kommen. Ein Arzt wird in der Entleuchtungsklinik benötigt. Die jährliche Prüfung steht bevor. Das ist Nigel Bickelberth. Auf Radio Two Point. Man muss heute bereits so viele widerwärtige Erfindungen ertragen. Zynische Spottbilder. Absolute Geißeln der Menschheit. Aber ich frage sie allen Ernstes. Schweinefleisch passt hin. Was wird denen als nächstes einfallen? Wartung im Pausenzimmer erforderlich. Hier. Noch einen haben wir hier. Dann haben wir hier zwei mehr. Einen. Noch Röntgen? Noch? Entschuldigung. Der Hausmeister wird zur Reparatur des Röntgenstrahlengeräts benötigt. Auch sehr gelangweilt. Patienten treffen jetzt in der Psychiatrie ein. Ein Arzt wird in der Tuferei benötigt. Ein Betriebmonster. Einen. 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 Ein Betriebmonster. equal métier vers Tank hinter. Instandhaltung der Apotheke erforderlich. Auch auf die Personal. Nein. Eigentlich mal in meiner Zeige. Das ist Klasse. Okay, hier geht's. Das ist schon riesig. Wie viele Patienten haben wir? Über 100 wahrscheinlich. Über 27. So, geht dann schon was weiter, würde ich sagen. So, Forscher haben auch bald... Ein Stück Verantwortung. Ich bitte Sie aufmerksam zuzuhören. Ja, genau. Ich bin auch bereit, kann man sagen, dass wir... ...ein... ...weils in Tauern geben, da sogar... Ja... ...dann drauf geben, dass wir da alle glücklich sind. Ja, können wir weiterbilden. Ja... ...und... ...wir haben unseren dritten Stern, also... ...wenn das mit der einen eh nicht probieren... ...den nächsten Gang was probieren... ...mit der Psychiatrie. ...jufis mir... ...dann kнд Convianer zu banden st fears. Ja... Obwohl ich unser großer Häschen habe. Warte ist noch dritter Stern. Dann damit die Karte öffnen. Gut. Seht ihr das hier? Wild Towns? Oder Chirurgie Schwerpunkt? Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Gut. Handah. ich bin... Okay. Alle patienten. Das ist lau' der eure. Ich mache mal das so an. Oh, no. What's wrong? mit apotheken machen Was? So, da war man. Wichtige Durchsage. Der Server darf nicht zum Klonen des Personals verwendet werden. Wettbewerb. Zünftere Träger. Der Server ist garantiert, dass es nicht von Belang ist, wo sie sterben würden. Wir akzeptieren Zergerungen per Jumbo Card und Jumbo Mega Card. Experimentelle Behandlungen sind für Mitglieder von Jumbo Plus verfügbar. Entschuldigung. Entschuldigung. Abquitt. 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 das haben wir jetzt weiter vor es war war ich klein immer So, so spart. Ich brauche da eine Psyche. Eine Psyche wird jetzt nämlich unser. Damit ihr mit einer Psyche trinkt. Psyche. Fünf mal bringen. Alter. Das ist eine Psyche. Das ist eine Psyche. Das ist eine Psyche. Das ist eine Psyche. Okay. Okay. Ein Arzt in die Arztpraxis, bitte. Was ist jetzt los? Na gut, aber das war's eben mit der Folge, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, haut rein, ciao.